Also ich glaube, es wird persönlich so ein bisschen Freiheiten schon haben. Man fühlt sich nicht mehr so unter Druck gesetzt oder muss sich immer verstecken und kann halt mal ab 20 Uhr natürlich dann auf der Straße rumgehen, an den Fluss sitzen, einfach mal entspannt ein, zum Feierabend hin oder zum Wochenende einfach einrauchen mit Freunden, ganz entspannt. Die Menschen wurden viel zu sehr kriminalisiert für eine Nichtigkeit. Ob du dir die Birne wegsäufst oder kiffst, es macht keinen Unterschied, wir brauchen keine Restriktionen. Bis zum nächsten Mal.